. Moin Daniel, was machst du da Schönes? Ich wollte mein Feierabendbier trinken. So ganz entspannt in meinem Lieblingsglas. Einfach einfüllen, ohne viel Schnack, Schnack und genießen? Zisch, Klack, Schaumkrone, Genuss, genau. Es gibt da einen Trick. Ich bin nämlich Biermagier. Biermagier, super. Gib mal her, ich zeig dir das. Du bist begeistert sein. Ja. Ich habe keinen Platz. Ich hab meine Musik. Ich bin nämlich für dich. Einige, liebe ㅇ�. Ich bin nämlich für dich. Ich bin nämlich für dich. Ich bin number 8. Wir müssen mich zu샘ern. Ich bin nur für dich. Ja, und so mein lieber Daniel, steigt das Bier nach oben, entgegengesetzt der Schwerkraft. Toll, oder? Großartig. Kann es sein, dass das ein bisschen nach Qualm riecht jetzt? Ja, aber ich habe auch eine gute Nachricht, du kannst es jetzt als Hausmittel nutzen für deine Holzmöbel, damit kann man jetzt schön die Oberflächen polieren. Ich poliere, glaube ich, gleich was anderes, Markus. Das war es mit diesem Video, hier ist noch mehr Goldener Content irgendwo um mich herum. Klick einfach drauf, mach dir eine Dose auf, viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind goldig, du bist goldig, wir sind Biergold. Sei kein Alman, klick auf die Glocke. Immer noch nicht genug vom Bier, mach dir eins auf und schau die anderen Folgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.